Was will ich werden? Ich wollte Geschichtslehrer werden. Da ich nicht genügend finanzielle Mittel habe, muss ich mich an einer anderen Schule einschreiben. Ich werde mich an der medizinischen Schule einschreiben. Ich mag Medizin immer noch, nicht so wie Geschichte, aber es ist meine beste Lösung. Ich habe gute Noten und ich denke, ich werde einschreiben. Ich kann es kaum erwarten, bis die Schule endet. Ich kann das erste Gehalt kaum erwarten. Vor allem kann ich es kaum erwarten, eingestellt zu werden.